Hallo Leute, ich bin Legendenkiller und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Veve. Oh. Oh fuck. Ähm. Ja, ich merke gerade, ich war ja hier, kam ich ja nicht weiter in der letzten Folge und hab mich sehr aufgeregt. Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, wenn man hier weiterkommt. Ich kämpfe auf den Straßen, nicht in den Schatten. Lol. Speichern. Ist der nicht gemacht? Speichern doch. Doch. Wie war das gerade ein bisschen zu einfach? Ich glaub du musst eins... ...zwei mal feilen, ja? Damit das gut klappt. Ihr habt genug Zeit bei den Toten verbracht. Wir werden wieder geboren. Die Schwermut hat gewütet. Und doch habt ihr weder den Abpress abgesetzt, noch die Wache gestürzt. Ist die Dämmerung nicht für uns alle bestimmt? Doch. Das ist sie. Warte auf das Licht der Dämmerung, Bruder. Denn die Schatten sind nichts als verraten. Ja. Danke, ihr Volk. Okay. Ich hab gehofft, man kann hier irgendwie andersrum lang, aber... Egal. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Okay, erstmal die ganzen Bewegungen abchecken. Und wie viele hier sind das? Einer? Zwei? Auf geht's, was ich hier nicht höre. Warte. ...dann... 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 ...dann. Und wenn ich... ...dann... 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 BAM HÄH Okay Warum ich mich jetzt verkackt habe, weiß ich auch nicht Also den kann ich ja noch umbringen, den ersten Muss, oder muss ich den Typen, ich muss eigentlich ja in die Karte ansehen, also ich muss hier links rum Okay, ich muss also da geradeaus, da hoch Das heißt, ich muss die Wache von wie gerade eben umbringen Und dann irgendwie da hoch Ist da hinten irgendwas? Woher kann ich da mich irgendwie durch Buseln Kann ich hier nicht irgendwo So, okay Man kann den Fluss bis hierher riechen Hier lang geht doch nicht Ich glaube, ich muss hier irgendwie hoch So Safe Oh Junge Erstmal So Jetzt habe ich schon wieder keinen Weckring gestellt, um zu gucken Wie lange ich aufnehme Aber JOLO Zack Zack Kann man nicht mal kaputt schlagen Oha Hm, das sieht so aus, als ob da mal was wertvolles drin gewesen ist Okay Wintervoll Auch leer War ich hier schon mal gewesen, oder was? Warte, muss ich überhaupt hier lang Wird mal stark sagen Ja, eigentlich Eigentlich Jo Es sieht doch mal gut aus Und speichern So, zur Seite Urion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein Ich bin fast da Wir sind fast da Die Straßen sind nicht mehr sicher Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche Bei allen toten Göttern Ich hasse diese Bogentypen Wird hier in die Ecke abgelegt Diese verdammte Stadt Fuck, fuck, fuck Gehen wir mal hier rein Ich glaub, da steht ja nicht umsonst Okay Wo ist der Typ hin? Oh fuck Bam, Junge, hast du gedacht Ich fliege Aber in Wirklichkeit Hab ich dich nur von hinten Kabam Umbringen, Alter Und jetzt Zack Hat der wohl wieder Ich kann den im Kampf besta- Clown Theoretisch Der schlägt immer zweimal ausweichen Und dann kann man einmal zuschlagen Boah, der hat aber viel Er hat gute Rüstung, hat der Typ Zack, zack Oh, hast du dir wohl gedacht Ne, wenn da ein Schlag von mir ausweicht Dann muss ich immer zwei Schläge von dem ausweichen Nummer 1 Und jetzt Nummer 2 Und dann zurückschlagen Jawohl, bam In sein Gesicht Easy, Junge Lol Gebt er den auf? Oh Wie lange bis die Vorräte unten sind Der Licht ist älter als das Wirtel Und genauso kaputt Nicht Malorion selbst könnte ihn schneller machen Sei vorsichtig, was du sagst, Freund Ein Versorgungsaufzug Damit komme ich nach unten Weicht nicht zurück Dieser Sturm wäscht den Dreck der Tyrannen Und den Ungläubigen von unseren Straßen Blöde, wurde ich gesehen? Ich muss hier gar nicht, scheiße Ich dachte, hier geht's weiter Ich muss doch an den ganzen Leuten hinten vorbei Oh, fuck Geh rein, geh rein, schnell Liegt da nicht nur Leiche vor den, ja Findet den Ungläubigen Ich glaub, das hat jetzt wieder gespeichert Weil ich in diesem Schrank reingegangen bin Die Dämmerung naht, Freund Bist du bereit, sie zu empfangen? Hä? Halt! Empfange die Dämmerung! Du! Au! 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 Komm her, Junge, komm her Komm, schlag Trau dich, Beat, trau dich What the? Ja, klar, der schlägt daneben Und ich bin auf einmal mit einem Schlag tot Ich mein, wer kennt's nicht, ne? Ah, ich bin noch hier beim ersten Mal, okay Wie lange bis die Vorräte unten sind? Der Licht ist nur als das Viertel und genauso kaputt Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen Sei vorsichtig, was du sagst, Freund Nein, bleib fliehen! Bleib fliehen! Damit komm ich nach oben Ja, flieh wie ein Ungläubiger! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hey! Jetzt sieht er den, aber den hat er nicht gesehen Ich wüsste, wo der andere hin ist Komm, geh weg Ja, komm! So Wenn ich ihn finde Oh, da oben sind auch mal welche Okay, ob die da oben ist, jetzt auch was Der Ungläubige kann nicht weit sein So Schloss knacken Ja Ja, dann gucken wir mal, was hier so schönes drin ist Oh Zack Zack Oh Das bringt immer viel zu dem Teleskop Kommen wir noch irgendwo hin? Ne Seht nicht so aus Speichern Da bewegt sich was Die Nacht scheint mir die Sicht zu vernebeln Ich werde Glück gehabt Verfluchte Dunkelheit Irgendwas stimmt hier nicht Guck dir in die Richtung, es ist unkühl in beide Seine Typ geht jetzt nach links Geht auch nicht Seine Typ geht jetzt nach links, geht auch nicht Woher muss ich hin Könnt ich von da oben da runter springen? Könnt ich von da oben da runter springen? Ah Aha Dann kann ich da auch wieder hoch Ich bin neuerdings so müde Jaha Kann man hier nicht rüber? Ja, den Typ sah ich wahrscheinlich auch nicht mehr umringen, ne? Ich komme hier nicht rüber, normal würde ich einfach hier rüber springen, aber es scheint zu weit. So hungrig. Was, wer sieht mich denn hier? Ich bin neuerdings so müde. Meint ihr, ich kann doch immer? Tatsache, lol. Ich habe das Problem, ich habe keinen zweiten Fall. Aber wir sind erst am Anfang. So hungrig. Okay, okay. Mein Nacken schmerzt. Wie komme ich da jetzt hin? Kann ich hier hoch? Das Wetter schlägt um. Der Typ bewegt sich aber auch nicht, ne? Ist er alleine da? Fuck, er ist nicht alleine da. Hm, wie komme ich am besten hin? Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss sie da rauslocken. Das spüre ich. Hä? Hä? Ich sehe ihn wieder. Oh, bin ich jetzt zu früh weggerannt, oder? Ich will die K.O. schlagen. Dafür müssen sie hier runter. Kommt hier lang. Heute werde ich mich beweisen. Diesmal entkommst du nicht. Ich bin bereit, mich zu bewähren. Vermutlich ist er längst weg. So, ich versuche jetzt den einen, K.O. zu schlagen. Also von oben. Und den anderen dann im Kampf zu killen. Ja, wenn nur einer kommt, ist auch nicht schlecht. Habe ich auch kein Problem mit. Fuck, jetzt haben wir nicht weiter gesehen. Er ist ein Mist. So viel steht fest. Hä? Ja. Ey, das ist ja auch nicht richtig hinterherlaufen. Ich bin kampfbereit. Oh, hat der mich gesehen? Fuck. Tot, ey. Wie soll ich da denn vorbei, wenn da drei Stück sind? Aber das Spiel hat Back doch, glaube ich, manchmal noch etwas rum hier. Weil, ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich da lange soll. Ja, kommt. Da kommen mir eh keine Sau hinterher. Ich habe zwar gesehen, aber... Ich meine, wie soll ich denn hier vorbeikommen? Ja, siehst du, jetzt stehen die auf einmal anders, oder was? Was soll ich denn hier vorbei? Nein, 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 nein. Wenn ich nachher neu lade, ist da eh wieder keine Sau. Oder nur eine oder so, dass man davon einfach vorbeikommt. Ich würde sagen, nur mal kletterst du da hoch, ey. Ich muss schlafen. Hat sich da eben was bewegt? Du, knie nieder vor den Götzen. Jetzt bin ich am Zug. Jetzt bin ich am Zug. Und wieder gekackt, ey. Ich weiß echt nicht, wo ich da langlaufen soll. Na komm, letzter Versuch für heute. Aber für den Part. Mir knurrt der Magen. Komm ich da hoch. Komm ich da irgendwie hoch. Ich gebe nicht auf. Niemals. Komm, da steht einer. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen hier? Kommen die hinterher? Irgendwie nicht, ne? Alles keinen Sinn hier. Hier muss man doch irgendwie rüberkommen. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Dieser Ort ist so leer wie mein Magen. Wo sind diese verfluchten Schwarzkittel? Ja, den Hebel. Aber wie kann ich hier rüber? Kann ich hier nicht hoch? Tod. Ja, Leute, dann mache ich hier eine Pause. Und ich bedanke mich für's Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part dabei. Ciao.